Hallo, heute wäre eigentlich der Zukunftstag gewesen und ihr hättet euch hier an unserem Theater über alle verschiedenen Berufe informieren können. Ich hoffe, dass wir euch trotzdem etwas Freude bereitet haben mit dieser Videoreihe und dass ihr dennoch einiges über unseren Theateralltag habt erfahren können. Zum Abschluss möchten wir euch zeigen, wie es dann aussieht, wenn all diese Berufe und auch all die, die wir euch jetzt nicht vorgestellt haben, weil das einfach so unglaublich viele sind, zusammen an einem Strang ziehen und als ein Team zusammenarbeiten. Dazu zeigen wir euch einen Trailer aus dem Schauspiel der Spielzeit 2017-2018, der einen guten Einblick in die Inszenierung gibt. Ähnlich sehe es dann auch für das Musiktheater oder das Ballett aus, aber nun als Beispiel viel Spaß mit Nathan der Weise von Lessing in einer Produktion des Nordharzer Städtebund Theaters. Macht's gut und auf bald hier bei uns im Theater. Ciao! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020